Danke Holger für die Nominierung zur Ice Bucket Challenge. Nachdem ich nicht weiß, wie es nachher wird, nominieren wir jetzt drei Personen, die sich sicherlich sehr freuen werden über die Nominierungen. Wir nominieren Hannes Kern, Steve Zinnagel und Andreas Rogler. Ich bin überzeugt davon, dass Sie die Nominierten jetzt sehr freuen werden. Ich freue mich auf eure Videos in den nächsten 48 Stunden und wie gesagt, dann nehmen wir's los.